Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News, heute mit Joe Cocker, ich bin so ein bisschen heiser, meine Tochter war krank und nach einer Woche Schnotter abwischen, bin ich jetzt auch so ein bisschen ergeltet, naja, wie das halt so ist. Nichtsdestotrotz Wiesner News und das heißt vor allem erstmal Industrie News, wir haben eine ganze Menge Canon dabei dieses Mal und auch was sehr Positives von Nikon, stay tuned. DJI, DJI hat eine neue Drohne rausgebracht, die Mavic 3 mit 45, 46 Minuten Flugzeit, zwei Kameras, ein Spionage-Modus, die eine Kamera ist weitwinkel, 24 Millimeter und die andere ist 162 Millimeter, also schon ein ordentliches Tele, bin ich mir ganz sicher, dass ganz viele damit durch die Stadt fliegen werden und bei den Nachbarinnen oder den Nachbarn ins Beidezimmer gucken wollen. Ich habe sie mir nicht im Detail angeschaut, die Drohne, weil irgendwie meine Kumpels, die selbst auch Fotografen, sind mich natürlich gleich alle angeschrieben, will sie sie kaufen? Nein, 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 ich will sie nicht kaufen. Deswegen habe ich sie mir gar nicht angeguckt, sonst will ich sie haben. Mir ist es nach wie vor viel zu mühsam mit der ganzen Drohnenfliegerei, was darf ich, wann wo und an den meisten schönen Orten, wo ich bin, Naturschutzgebieten und so, darf man eh nicht fliegen. Von so her ist Drohne für mich nicht mehr so ein Riesenthema und jetzt, wo der Sebastian weg ist und ich alleine bin, ist halt auch einfach, es geht halt nur so viel, was man alleine macht. Deswegen kommt von mir da auch, weil sofort die Fragen kommen, nein, es kommt kein Review. Ich werde stark sein, wenn sie mir nicht kaufen, glaube ich, eine Zeit lang. Canon, sehr positive Nachrichten von Canon und zwar kommt die neue, also nicht die neue, sondern die alte Probe-Lens, also Laowa. Laowa bringt drei Objektive für Canon RF-Mount, für den neuen Canon-Mount. Endlich kommt ein Dritthersteller drauf und vor allem dabei eben die Probe. Sehr spezielles Objektiv, kennst du wahrscheinlich nur am Rande, hast du wahrscheinlich schon oft gesehen. Und zwar ist das ein Makroobjektiv mit so einem ganz langen Rohr dran. So ein bisschen ähnlich, wie das der Uli Kunz war neulich bei uns in einem Video, hier in einem Live-Video. Da hat er sowas für unter Wasser vorgestellt. Das ist super praktisch für ihn unter Wasser, weil er damit an Fische sehr nah rankommen kann. Weil Unterwasserfotografie heißt überwiegend Makrofotografie. Und wenn du mit einer riesen Kamera ganz nah an den Fisch ran gehst, dann schwimmt der natürlich weg. Und mit dieser Probe kann er halt eben viel näher rankommen. Und die normale Probe, die ist bei Filmen super beliebt, weil man da halt super, super coole, coole Animationen machen kann. Wir haben sie schon lange auf der Warenkorbliste, Sebastian und ich, haben hier schon öfter gesessen und diskutiert. Ja, mit wäre schon cool, wir würden sie auch mal benutzen, aber ist relativ teuer. Das macht halt keinen Sinn für uns, für das, was wir machen. Aber früher oder später wird die hier auftauchen, bin ich ganz sicher. Und es ist cool, dass es das endlich auch für Canon gibt. Weil das tatsächlich ein Grund ist, sich eine Kamera zu kaufen, weil man dieses Objektiv haben will, für manche Leute. Also eins von diesen Objektiven. Dann auch Viltrox. Viltrox hat 85mm angekündigt. Das soll voraussichtlich noch diesem Jahr kommen. Ich habe mal eins vorbestellt, als Testobjektiv angemeldet, das sie mir zu schicken. Zu Viltrox habe ich jetzt ein bisschen Draht. Das ist natürlich sehr gut, ein 85mm 1.8 mit Autofokus voraussichtlich für Canon RF. Das macht das Canon RF-System natürlich plötzlich viel attraktiver, wenn jetzt nach und nach. Liebes Sigma-Team, die Gerüchte gehen auch dahin, dass Sigma überlegt ja schon lange, dass es ernsthafter wird mit den Überlegungen. Aber Sigma ist ja nicht so schnell unterwegs mit dem Überlegen. Oder zumindest mit dem Umsetzen. Von so her, keep your fingers crossed. Dann Maike. Maike braucht auch so eher günstige Objektive und die haben für Canon. Bei Canon ist es ja so, du hast die alten Objektive und die neue Kamera und es gibt einen Adapter dafür von Canon. Und neu wird es auch einen von Maike geben, der auch erlaubt, Filter reinzupacken. Das ist nämlich einer der großen Vorteile von diesem Adaptergedöns, dass man da einen Filter reinpacken kann. Da musst du nicht vorne als Objektiv die Filter ranmachen, sondern kannst es hinten ranmachen. Viel kleiner und gilt dann natürlich für alle Objektive. Da musst du nicht irgendwie Adapter pipapo, sondern du hast diesen einen Adapter für deine alten Objektive. Und wenn du die aber schon hast, dann kannst du halt einmal so einen Z-Filter kaufen und kannst es für alle Objektive plötzlich nehmen. Auch für Spezialobjektive, für die es sonst keinen Filter gibt. Also sowas kann sehr interessant sein. Das gibt es zum Beispiel auch teilweise bei Teleobjektiven. Bei diesen super riesigen Teles, so 400 mm 2,8, da gibt es das zum Beispiel, ich glaube bei Kenntnis, gibt es das auch, dass man Filter hinten rein tut, weil der vorne drauf einfach so groß wäre und keinen Sinn macht. Also das kann natürlich sehr, sehr spannend sein. Das Kenntnis-System wird plötzlich viel attraktiver. Das sieht man auch in den Quartalzahlen. Ich verlinke die mal so ein bisschen kommentarlos, aber Canon ist ja auch nichts Neues. Die machen sehr, sehr guten Gewinn mit den Canon R5 und R6. Klar, da haben sie eine hohe Marge drauf und die passenden Objektive dazu. Also da sind sie sehr erfolgreich mit und die Quartalzahlen bestätigen das also. Dann Canon R3, heute ein bisschen Canon-lastig, Canon R3, ISO-Rauschen. Canon R3 ist ja die aktuelle Profikamera oder doch nicht Profikamera. Canon wird sich ja nicht so richtig einig, weil die R1 noch kommen soll, die dann die Top-Kamera ist. Aber die R3 ist ja sofort die Frage, weil im Sportbereich ist ISO-Rauschen immer ein Thema, weil man in der Regel sehr häufig mit sehr kurzen Verschlusszeiten arbeiten möchte. Und dann irgendwo in der Halle, Handball, Wasserball oder sowas fotografieren und wenig Licht und schnelle Verschlusszeit. Und schon bist du bei ISO durch die Decke. Ich habe eine Seite gefunden, digitalpicture.com. Die haben eigentlich ein ganz nice Tool, da kannst du die Canon R3 auswählen. ISO 25.000 einstellen und dann packst du die Nikon Z7 daneben und guckst mal ISO-Rauschen an. Und da siehst du natürlich auch da keine Magic. Obwohl sie einen Sensor mit wenig Megapixel haben, ist gut, dass ISO-Rauschen, aber nicht irgendwie auffällig gut im Sinne von irgendwie eine neue Generation oder sowas. Geht halt auch nur bedingt, ist ja klar. War ja auch nicht zu erwarten. Nikon. Nikon, das Gerücht kommt ja immer mal wieder auf, Nikon geht es nicht gut und so weiter. Und man muss sparen und wer weiß, ob es Nikon ein paar Jahre noch gibt. Nikon gibt es in ein paar Jahren noch, würde ich sagen, weil die produzieren angeblich aktuell, halte ich fest, 35.000 Nikon Z9 Kameras im Monat. 35.000, das ist umgerechnet Warenwert von 220 Millionen Euro im Monat, die sie produzieren. Das heißt ja nicht, dass sie sie verkaufen, denkst du jetzt sofort, aber angeblich haben sie 400.000 offene Bestellungen. 400.000 offene Bestellungen von der Nikon Z9, die 6.500 Euro kostet. Ich weiß nicht, ob das stimmt, die 35.000 pro Monat stimmen scheinbar, die 400.000 sind ein Gerücht. Ich kann nur sagen, wir hatten sie ja leider nur ganz kurz, das ist schon echt eine Monster-Kamera. Wenn man damit leben kann, dass die halt groß ist und viele wollen das ja. Ich habe mit der Elenda gesprochen. Leute, die länger dabei sind, kennen noch die Elenda, die öfter mal in Videos war. Und mit der haben wir also neulich zusammengesessen. Und sie hat gesagt, sie findet das total cool, und sie ist eine kleine Frau, also Kopf klein als ich. Freut sich darauf, wird sie wahrscheinlich nicht kaufen, aber sie hat eine Nikon D4, und die funktioniert halt noch, warum soll sie die neue nehmen, wenn die alte noch geht? Ist wieder das. Aber sie findet das gut, dass sie so groß ist, weil eine große Kamera halt viel besser in der Hand liegt. Größer Knöpfe, alles besser und so weiter. Aber sie ist halt auch keine Frau, keine Fotografin, die damit wandern geht. Ich gehe damit wandern, deswegen ist sie mir zu groß. Aber anscheinend interessieren sich 400.000 Fotografen dafür und haben da sehnsüchtig drauf gewartet. Entsprechend auch da die Quartalszahlen, auch die verlinke ich mal nur, ohne daraus groß zu kommentieren. Aber auch da, Nikon geht es auch finanziell scheinbar sehr viel besser. Sie bauen übrigens auch ein neues Headquarter. Also scheinbar haben die so ein bisschen die Kurve gekriegt, gerade noch so. Mehr zu Nikon. Dann gleich noch in dem Team Wiesner. Dann Insta360 GO 2, das ist so eine ganz kleine Action-Kamera. Zu der haben wir eine Review gemacht. Die ist tatsächlich sehr cool, du kannst sie umhängen oder halt irgendwo hinpacken. Der Sebastian hat da das coole Video gemacht, wo er mit dem Moped rumgefahren ist. Also wenn du das Review noch nicht geschaut hast und dich die Kamera nicht interessiert, schau vielleicht trotzdem mal kurz rein, wegen dem Moped-Trailer. Da hat es sich wirklich Mühe gegeben. Und da gibt es eine neue Version, das ist die gleiche Kamera. Sie hat nur mehr Internet-Speicher, 64 GB statt 32. 32, wir haben nicht furchtbar viel damit gemacht. Zum Filmen ist das nicht super viel, aber da die Dateien auch nicht so riesengroß sind, ich glaube, kann über eine Stunde Film aufnehmen, was so okayisch ist. Aber jetzt halt also eine neue Version für, ich glaube, 30 Dollar mehr, habe ich es richtig im Kopf gehabt, mit doppelt so viel internen Speicher. GoPro. GoPro bringt neue Batterien raus. Die nennen sie Enduro. Und die Idee ist, dass die vor allem auch bei kalten Thermaturen länger halten. Also für den nächsten Lofoten-Trip wäre das sicherlich eine gute Idee. Kostet 25 Dollar oder sowas. Ich habe gerade die GoPro 10 gekauft, tatsächlich noch nicht benutzt, tatsächlich, weil irgendwie, ich komme zu nichts. Und natürlich einen Satz Batterien dazu gekauft. Dankeschön. Naja, also es gibt künftig neue. DJI, DJI habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass die immer mehr zu Film-Company werden. Nicht nur neue Drohne, sondern die hauen immer, zack, 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 hauen die raus. Dual-Mikrofone. Wir haben Dual-Mikrofone nicht von DJI, vom anderen Anbieter. Das ist dann relevant, wenn du Filmer bist und mehrere Leute hast, also zwei Leute hast in dem Fall, die beide reden sollen. Das haben wir zum Beispiel benutzt, als wir den Film mit dem Felix Röser gemacht haben. Da haben wir die andauernd benutzt, damit der Felix und ich beide quatschen können. Überwiegend hatte ich meins dann aus, aber ich konnte mich zwischendurch mal einmischen und eine doofe Frage stellen oder so. Also das hat man tatsächlich sehr häufig, dass man zwei Leute hat, die reden wollen. Und das ist total kompliziert, bislang total kompliziert gewesen, wenn man zwei Funksysteme hat oder einer Funk und einer ohne Funk und einer in die Kamera dreht und einer in den Rekorder. Also alles total mühsam. Und neu, also von verschiedenen Herstellern gibt es das inzwischen. Also neu, aber auch DJI. Und dann Atomos, für euch wahrscheinlich nicht so, für sehr wenige nur relevant. Atomos bringt den Ninja V Plus raus. Atomos Ninja, das ist, wo ist er? Ich kann ihn zeigen. Das ist ein externer Monitor beziehungsweise Rekorder, das ist der alte. Den haben wir schon länger im Einsatz. Den benutzen wir zum Beispiel, um mal, wenn ich irgendwo was zeigen möchte, ich quasi die Einstellung in der Kamera. Ich stehe irgendwo in der Landschaft und will zeigen, jetzt stelle ich Blende 5 ein. Dann kann ich den Screen mitrekorden. Dafür nutzen wir das viel. Oder früher haben wir das benutzt als externen Monitor. Ich filme jetzt mit der Sony A7S2, S3. Und das heißt, hier am Klappbildschirm, ich sehe mich. Aber bislang ging das halt nicht mit Sony. Und dementsprechend konnte ich den oben auch auftun und dann konnte ich mich halt sehen. Also externer Monitor, aber auch Aufnahmegerät. Und manche benutzen das, weil manche Kameras können extern höhere Qualität liefern als intern. Und dann brauchen wir sowas. Der ist halt schon ein bisschen älter und der kann, glaube ich, kein 8K und kein 4K, 120 und so weiter. Deswegen eine neuere Version. Soviel zu den Industrie-News. Hashtag Wiesner-News. Einmal die Woche schaue ich da rein und stelle ein paar deiner Fotos vor. Also nicht zwingend deiner, sondern eurer. So muss ich sagen. Konrad Heidrich, der hat einen müden Rotschenkel erwischt. Ein ganz schönes Foto, finde ich. Super minimalistisch. Ein bisschen schade, natürlich mal wieder Instagram-quadratisch. Ich bin mir sicher, das wirkt in quer, wirkt das wahrscheinlich sehr viel besser nochmal. Aber ganz toll mit dem blauen Wasser-Luft-Stimmung da. Also ganz, ganz toller Wisch. Konrad, finde ich. Mein Foto des Tages, weil das so entschleunigt und blau natürlich glücklich macht. Wer ist alt genug, um das zu verstehen? Blau macht glücklich. VW-Werbung mit den Delfinen und so. Das ist so eine der ganz wenigen Werbungen, die man so richtig gut war, weil sie hängen geblieben ist. Aber ich habe natürlich auch so ein Blau-Fäble. Meine Tochter hat mir jetzt immer Bilder mit irgendwas Blauem drin und sagt, hier für dich, Papa, weil du Blause gerne magst. Ich habe extra Blau genommen. So, Raphotopia. Raphotopia war im Felserwald unterwegs. Und zwar an der Burg Triefels. Natürlich einer der Spots, die hier drin sind, an unserem Magazin. Sieht man das? Achso, falsches Magazin. Sorry. Weil die Stimmung so ähnlich war. Ich habe mich vergriffen. Naja, also im Magazin Felserwald natürlich. Nicht hier als in der Lepsanstalten. Jedenfalls ganz, ganz tolle Nebelstimmung. Natürlich Burg Triefels ist sehr markant dort in der Region. Man sieht die von überall so ein bisschen. Da kannst du dich auch immer gut orientieren. Wo bin ich jetzt? Da ist die Triefels. Da weiß man immer so ein bisschen, wo man ist. Und das ist also auch immer der Shot, den man im Nebel haben möchte. Also schön geworden. Raphotopia. Dann Danni. Danni war wie ganz viele von euch scheinbar. Die letzten Wochen habe ich ganz viele auf Instagram ganz viel mitgekriegt. Viele waren in der Sächsischen Schweiz. Ganz tolle Stimmung mit dem Nebel und ganz, ganz, ganz bisschen Sonne kommt da rein. Ich hoffe, das ist echte Sonne und nicht Luminar-Sonne. Weil es sieht so ein ganz bisschen komisch aus. Aber sehr schöne, sehr schöne Stimmung. Also so, wie man das haben möchte. Das, was man so ein, zwei Mal im Jahr hoffentlich erwischt. Dass man Nebel mehr hat. Und die Sonne geht gerade hoch und leuchtet so diesen einen Felsen an. Das ist natürlich immer sehr, sehr schön. Und kommt in dem Fall halt sehr, sehr gut. Also er sagt, dass die, genau, dass ein paar Minuten lang die Sonne da reinkam. Also glaube ich, es ist doof, ne? Schon denke ich, ja, es ist Luminar oder nicht. Das finde ich tatsächlich im Moment, künftig ja noch mehr wahrscheinlich. Finde ich halt sehr, sehr schade. Weil das sind die Momente, um die man kämpft, auf die man wartet. Und die man haben möchte. Und da möchte ich ja niemandem unterstellen, es war bestimmt nur Luminar. Aber im Hinterkopf hat man immer so ein bisschen, hat er Glück gehabt? Hat er mehr Glück gehabt als ich? Oder war es Luminar? Das ist doof. Das ist wirklich doof, finde ich. Ich habe auch keine Lösung. Und dann der Max, der war am Hopfensee unterwegs. Hopfensee bei ganz, ganz toller Farbexplosion am Abend. In dem Fall Abendrot. Natürlich auch sowas, was man auch nur sehr selten hat und sich immer sehnt. Weil in den Momenten ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Himmel sich nicht verfärbt, weil die Sonne halt einfach verschwindet hätte wollten. So hatten wir das letzte Woche am Steinhuder See. Da wollten wir auch sowas haben. So ein bisschen gefisselt, die Farbe. Das war ein bisschen lame. Der Max hatte da mehr Glück. Gratulation, Max. Team Wiesner. Darf ich euch noch Team Wiesner sagen, wenn ich hier alleine sitze? Naja, ich habe ja viele Freunde, mit denen ich mich natürlich kooperiere und so weiter. Der Sebastian ist übrigens jetzt weg, tatsächlich hier. Den gibt es nicht mehr in Hermannsburg. Der ist tatsächlich diese Woche nach Hause gezogen. Also nach Wiesbaden gezogen. Nichtsdestotrotz, mit ihm abgeschlossen, haben wir noch unseren Landschafts-Videokurs. Da haben wir im Oktober schon einen rausgebracht mit dem Felix Röser für fortgeschrittene Landschaftsfotografen. Und den Einsteigerkurs, den haben wir jetzt auch fertig. Der ist jetzt online. Den haben auch schon ganz viele von euch gekauft. Vielen Dank dafür. Das erste Feedback ist auch sehr positiv. Vielen Dank dafür. Ich zeige ganz kurz den Trailer. Hallo zusammen. Möchtest du die Grundlagen der Landschaftsfotografie lernen? Dann bist du hier genau richtig. Wir haben einen Videokurs zusammengestellt mit drei Stunden Laufzeit. Wir erklären dir, wie man Wasserfälle fotografiert, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, nachtsfotografieren, Filter, Ultralangzeitbelichtung am Wasser, Planung und vieles mehr. Für weitere Informationen, schau doch einfach mal bei uns im Shop vorbei. Außerdem ist unser Solar-Video fertig. Das hatte ich ja angekündigt. Wir haben mal hier neue Photovoltaik, Zuhause-Photovoltaik, Ladesäulen und so weiter. Ein Riesenprojekt, das sich durchs ganze Jahr gezogen hat und dass wir auch viel Arbeit reingestellt haben, um daraus ein Video zu machen, einschließlich Interview mit dem Elektriker und so weiter. Da war der Sebastian tatsächlich diese Woche nochmal da und hat mir nochmal geholfen mit dem Interview. Das ist halt immer viel besser, wenn man sowas zu zweit macht. Naja, jedenfalls ist das Video, glaube ich, sehr gut geworden, auch ein bisschen umfangreicher. Ich stimme das gerade noch ab mit dem Elektriker. Das ist fachlich so halbwegs stimmt, was ich da erzähle. Ohne geht das voraussichtlich nächste Woche online. Es ist, glaube ich, sehr interessant geworden im Sinne von, lohnt sich das, eine Solaranlage zu haben? Kann man damit ein Elektroauto laden und so weiter. Also stay tuned nächste Woche. Und dann, deswegen steht hier die Nikon rum. Wildrox, Wildrox hatten mir, beziehungsweise Rollei, die verkaufen Wildrox-Objektive, haben mir ganzen Satz-Objektive zur Verfügung gestellt. Ich habe zwei Reviews dazu gemacht, Vollformat und APS-C. Wenn du es noch nicht geschaut hast, schau auf meinem Kanal dabei. Wirklich tolle Objektive mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist ja immer so. Halber Preis oder so und fast genauso gut. Ist halt eventuell sehr, sehr charmant für den einen oder anderen. Vor allem gibt es endlich halt Vielfalt, 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 Vielfalt. Gerade auch für Nikon APS-C. Das verpennt Nikon ja so ein bisschen, habe ich gerade erkannt, behauptet. Was aber ja auch so ist. Und Wildrox springt da also in die Bresche. So. Dann hatte ich die Woche ein Video gemacht zu dem MacBook Pro. Das ist das hier. Das ist das 14er. Das geht zurück. In dem Video habe ich noch so gesagt, ich kann mich nicht entscheiden, 16 oder 14. Ich habe mich entschieden, dass es geht zurück nächste Woche. Und das 16er, ich hatte beide bestellt. Das 14er als das erste gekommen. Nächste Woche kommt das 16er und dann geht das 14er halt eben zurück. Und ich bleibe jetzt bei dem 16er. So. Für und wieder habe ich ein Video erklärt. Und da habe ich gesagt, 32 GB RAM reichen locker, weil ich nie mehr als 27 GB RAM brauche. Das stimmt nicht. Das liegt wahrscheinlich im neuen Betriebssystem oder ich weiß nicht, woran es liegt. Ich zeige nebenbei den Screenshot. Ist mir vorhin aufgefallen, dass er tatsächlich mehr Speicher als 32, also in dem Fall 43 GB Speicher belegt. Am Swappen bin ich immer noch nicht. Ich bin weder am Swat-Team gelandet, wo ich ja immer hin wollte, so ein bisschen als junger Mann. Und am Swappen bin ich auch nicht. Na gut. Also eventuell ist 64 GB doch relevant. Das als Ergänzung zu meinem Video, wo ich gesagt habe, kein Mensch braucht 64. Der Mac nutzt es also scheinbar doch. Aber ich habe auch jetzt wirklich eine riesen Videodatei offen gehabt. Vielleicht ist es auch ein bisschen da dran. So. Ich schone meine Stimme. So viel zu den Wiesner News. Und dann sehen wir uns nächste Woche hoffentlich mit dem Solar-Video oder sonstigen Videos. Bis dahin. Bleibt gesund. Und Tschüss. Vielen Dank.